Liebe Freunde von Österreich betet, am kommenden Mittwoch treffen wir uns wieder zum gemeinsamen Gebet Österreich betet. Diesmal ist es der Aschenmittwoch in diesem Jahr 2023. Der Aschenmittwoch symbolisiert den Beginn der Fastenzeit, den Weg nach Ostern. Und für uns ist die Fastenzeit schon eine besondere Zeit. Es ist eine Zeit der Gnade, wir können sagen eine geschenkte Zeit, eine Zeit wo wir auch wirklich aufgerufen sind, diese Zeit wirklich nachzunützen. Die Fastenzeit symbolisiert den Weg oder ist der Weg nach Ostern, zugleich auch symbolhaft für den Weg des Menschen zu Gott, zur Ewigkeit, zum ewigen Ostern. Für uns ist die Fastenzeit natürlich eine Bestärkung im Gebet, im Gebet vorzufahren. Denn drei wichtige Schwerpunkte der Fastenzeit sind ja traditionsgemäß das Gebet, das Fasten und gute Werke. Der Grund, warum wir das tun sollen, der tiefste Grund soll sein, aus Liebe zu Gott, um in der Liebe zu wachsen. Also Gebet, Fasten und gute Werke sind nicht Selbstzweck, sondern eben Mittel, Gott näher zu kommen, der Liebe zu wachsen, wie ich eben sagte. Und das Fasten hat hier auch eine besondere Bedeutung. Fasten heißt auch in besonderer Weise verzichten, freiwillig verzichten, bewusst und aus Liebe. Und dadurch stärkt das Fasten in uns die Selbstbeherrschung. Das ist eine wichtige Frucht des Fastens. Und wer sich selbst beherrschen kann, wird auch fähig, sich selbst zu verschenken. Und das bedeutet eben die eigentliche Liebesfähigkeit. Nur wer sich selbst besitzt, kann sich selbst auch hingeben. So ist das Fasten auch wirklich ein Weg heraus aus der Sklaverei, der Sinne, der Sklaverei des Ego, der Sklaverei vieler Götzen, eben auf dem Weg zur größeren Freiheit. Im Evangelium sagt Jesus einmal, dieser Dämon kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Das ist auch ein Hinweis, dass Gebet und Fasten auch besonders zusammengehören. Das Fasten erhöht sozusagen die Wirksamkeit des Gebetes. Und natürlich ist es auch umgekehrt so, das Gebet hilft uns auch wirklich in der rechten Weise zu fasten. So wünsche ich euch allen jetzt eine gute, eine gesegnete Fastenzeit. Betet weiter, ohne Unterlass. Freut euch darüber, dass ihr glauben dürft, dass ihr mit Gott sprechen, gebeten dürft. In diesem Sinne wünsche ich euch eben eine Fastenzeit, die viele Früchte bringt für euch, für viele um euch herum, die euch anvertraut sind. Und dass es ein Segen sei für unser schönes Land Österreich. Ich danke für die Aufmerksamkeit.